Die FKM hat einheitliche Standards festgelegt für die Ermittlung von Messekennzahlen, also von Ausstellern und Besucherzahlen. Und das ist für die Aussteller deswegen wichtig, weil sie dadurch Messen miteinander vergleichen können. Wenn jeder einen eigenen Maßstab hat, ist das natürlich sehr schwierig. Und zusätzlich veröffentlicht die FKM Besucherstrukturanalysen. Das heißt, der Aussteller kann erfahren, aus welchen Regionen die Besucher kommen, aus welchen Branchen sie kommen und welche Entscheidungskompetenz zu haben. Und das ist natürlich ganz wichtig für ihn, wenn er seine Messebeteiligung plant oder überhaupt erst mal bei der Frage, für welche Messe er sich sinnvollerweise entscheidet. Das heißt, die FKM Besucherstrukturanalysen.